Willkommen zum fünften Part. Let's play was it. Ich werde jetzt mal hier zur Stadt laufen. Ich werde jetzt doch mit euch laufen. Ich will mich nicht, falls ich irgendwie gekillt werde auf dem Weg, dass ich dann irgendwie das nicht zeige. Das ist wieder so ein Schick. Und ich gucke mal wie viele. Wir haben noch eine andere Anlass. Hier ist der in der Kiste. Okay, das ist nicht schon mal sehr komisch. Genial. Ich würde nur sagen, das ist ein Bug. Aber der hat uns jetzt geholfen, von daher... Useful Bug. Ach, Geld. Wir werden jetzt mal... Ich gucke aber, zu welcher Stadt wir mal gehen könnten. Weil, ähm... Ja. Moment. Die Richtung. Ich würde mal sagen, also ich würde am liebsten zu Smallville. Ich überlege gerade. Ähm... Ja. Ja, gehen wir mal zu Smallville. Dauert ziemlich lange. Ich würde nur sagen, das schaffen wir jetzt in dem Part nicht. Äh, Part nicht. Quatsch, Part nicht. Aber... Ähm... Standardcharakter. Headshot noch dabei. Jack Frost, äh... Und wie heißt das Ding? Captain Jack Frost. Ja, und wir versuchen jetzt einfach mal easygoing zu dem... Und, ähm... Alle Straße her zu gehen. Zu, äh... To Smallville. Und, ähm... Ich würde jetzt noch mal behaupten, wir sprinten einfach mal, bis... Äh, quasi nicht mehr können. Dann geht das jetzt mal ein bisschen schneller. Und, ähm... Was ist das hier für eine Stadt? Wie heißt die? Superjoy Junction. Gucken, vielleicht gibt es da hier irgendwas zu holen, oder so. Irgendeine Lootstelle. Mal gucken. Es gab noch mal die Sounds ein bisschen unterstellen, das habe ich gesehen. Ähm... Ähm... Machen wir mal so. Äh... So. Zwar ziemlich wenig, aber... Es reicht. Weil ich... Ich habe gemerkt in den letzten Parts... Äh... An paar Stellen habe ich lauter geredet. Ich glaube da habe ich mein Headset, äh... Hier näher ran geparkt, aber... Da war ich echt noch zu leise. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen, ein bisschen lauter zu sprechen. Ich hoffe mal, dass es jetzt mal, ähm... Weißt du, zu verstehen. Weil manchmal hat man... Ich gucke jetzt mal bei dem Sound hier zum Beispiel. Da konnte man mich eigentlich kaum verstehen. Ich hoffe mal, das ist jetzt mal ein bisschen abgeendet. Ein bisschen anders. Aber... Ich kann es ja jetzt nicht... Vorher sehen. Was da vorne ist, ist super. Ich mag das Wurzelhaus. Mal da reinschauen. Was man da holen kann. Mal gucken. Ich springt einfach, weil mit der Achse können wir eh alles... Alles... Äh... ...bashen. Hänkelas. Nix. Aufs Dach gekommen drauf. Na, ist gar nicht so lang. Gehen wir mal in den Supermarkt rein in den kleinen Start mal gucken. Großartige Häuser gibt es hier wohl scheinbar nicht. Ähm... Ja... 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 Das hier ist glaube ich noch, ähm... Post oder so. Post glaube ich. Ja genau. Post ist es. Mal schauen, was die Post so bietet. Die hab ich mal angelockt. Dann liegt irgendwas. Ist eh wieder Müllzung. Na genau. Brauch ich nicht. Oh fuck. Scheiße. Jo. Passt. Passt. Hinterraum ist nichts. Ähm... Hier ist auch nichts. Oder muss ich sagen, wo man hat. Also. Was ist das noch? Keine Ahnung. Komm nicht rein. Ja. Das ist total easy mit der Hatchet. Das ist so easy. Ich weiß nicht wie viel XP man damit machen kann. Easy. Aber ähm... Das geht ziemlich schnell. Wenn man da fahren will mit. Kein Ding. Geht's halt für eine Schadtsprinze ein bisschen. Holt's ja einfach alle. Easy. Ja. Den hol ich mir jetzt nicht. Und dann. Ja. Das hat nicht so funktioniert. Aber es funktioniert sonst immer auf jeden Fall. Aber ja. Das zieh ich mal. Ähm. Das kann mal nach hier. Ja. Sonst hab ich hier eh wieder alles leer gemacht. Was ist das? Ist das Bandage? Ja genau. Bandage noch. Sonst ist es wieder so gemacht. In welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Aber Older City. Das ist... Äh. Ich bin nicht so der Großstadt Junkie. Von daher. Gehen wir da lieber nicht hin. Das finde ich auch irgendwie kacke da. Da gibt's... Das sind zu viele Häuser oder so. Mal gucken. Einig. Scheißig. Hier im Chat sieht man ja schon, dass da irgendein Clan angewiesen bzw. angesprochen wurde. Aber ist eh bestimmt voller Kackklaren. Von daher braucht man da jetzt irgendwie nicht auf den Task gehen oder so. Das bringt nikes. Und ähm. Ich. Also im Flugfeld, da bin ich ja schon mit euch angegangen. Da ist ja nix los. Ich geh auch nie auf meinen Server, wo jetzt viel los ist, weil ich ziemlich kacke finde, jedes Mal direkt gekillt zu werden. Und ähm. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir mal irgendwo was finden, was interessant ist. Außer halt Hatchet. Weil ähm. Miteinander Pistole. Zum Beispiel. Die ist vielverlustig gegen Spieler, wenn wir mal einen Spieler killen können. Weil wenn wir einen Spieler killen, dann kriegt man ja meistens von dem die lustigen Sachen so wie. Ja. Auch. Ganz viele Clubs und halt. So Westen oder so. Zum Beispiel. Ich. Könnten zwar mit der Hatchet auch holen, aber dann muss ja direkt bei dem stehen, das ist ja meistens ziemlich schlecht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen in dem Part. Ich würde sagen, Straßen ist der schnellste Weg. Oder? Ist die Straße gerade? Ähm. Das Smallville ist so eine Sache. Aber müssen wir auf dem Fall noch ganz schön ein Stück gehen. Ich würde nämlich gerne hier über die Straße gehen und dann hier über die Brücke. Dann kommen wir hier so hin und gehen zu Smallville. Das ist easy, aber das dauert ziemlich lange. Und jetzt auch noch hier die Ausdauer weg. Das ist natürlich toll. Tja. Ganz schön Langeweile gerade. So. Tja. So. Mann, musst du schon jetzt noch erzählen hier? Gibt nichts. Ich weiß ich nicht. Ich weiß nichts. Bin doof. Ich bin doof. Und wie schnappt die Baratkonie oder zweite Trin? Wanni, o.o.o.o.o.o Basti, die Basti, die Basti, die DVD habe ich nicht an. Sieht man ja. Na. Annah. Tja, was die im Chatter schreiben, weiß ich selber nicht, also irgendwas mit Kinderclan. Blackhawk, keine Ahnung was das ist. Ähm, und gucken. Würde ich... Moment, 20-Member, aber viele dabei Urlaubs. Wie viele On... Fatschmann, wie viel... Wie verschreibe ich mich gerade, ey, total. Nach Arbeit online, wie viele online... Also im Moment... Okay... Man kann ja erst hier ab 3 Zeichen in dem Chat was schreiben, sonst schick ich das nicht ab. Da muss man dann beispielsweise, wenn man nur ein oder zwei Buchstaben schreibt, einmal Letters zu drücken, dann kann man das erst abschicken. So zur Info. Und, ähm, ich hoffe jetzt mal, dass... Naja, auch wohl eigentlich schon... Schon ein bisschen Bock auf diesen TS-Satz zu gehen, ne? Oh... Man, ey, ganz ehrlich, ne? Oh man, hört mal auf... Ähm... Chinchilla... 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 Chinchilla, okay. Okay. Gucken... 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 Gucken, ob man das irgendwie... Gucken, ob man das irgendwie... Killer Kondom, okay... Gucken... Ja, mal gucken... Wir können ja mal Just for Fun... Also ich hab ja jetzt hier in... Ich glaub in ein paar Minuten den Part zu Ende... Können wir mal im zweiten Part Just for Fun mal in den... äh... Testjoin... Und mal gucken... Ob die Leute da so ein bisschen ketigend sind oder... Ähm... Man ein bisschen fadern kann... Und ähm... Ja, das wäre glaub ich schon... Schon lustig... Mal Just for Fun einfach mit mir ein bisschen ähm... So labern und so... Ich kann ja mal gucken... Ob wir... Ob es Sinn macht mit denen auf die Tests zu gehen... Und ähm... Ja... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Chinchilla... TeamSpeaks.in... 40302... Killer Kondom... So... Und seit... Seid ihr alle drei auf dem... Server... Hier... So dem... Wo... Sie... Server... Okay... Wieder okay... Leerzeichen... So... Dann passt das... Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir... Ähm... Jetzt ein paar Mal Just for Fun hier beenden... Um... Mit denen... ähm... Hier auf den Test zu gehen... Mal gucken, was die so labern... Ob die viel Scheiß labern... Ob die... Korrekt drauf sind... Ob man mit denen bisschen rumlaufen kann... Und würde ich sagen... Äh... Bis gleich... Ciao...